So... Okay... Ähm, hi! Ich denke, ich bin wieder da? Weiß es nicht? Ja, vielleicht? Okay, ähm, I don't know. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ähm, er ist da irgendwie das Irrnet rumspinnen. Und... Und jetzt ruckelt das? Hä? Ähm, ruckelt das bei euch? Hä, wieso ruckelt das, wenn ich in die Richtung gucke? In die Richtung? Ob hier nicht mehr? Hä? Ähm, ich kann... Ich kann Endring nicht mehr als Spiel erfassen bei OBS. Also OBS will das nicht mehr als Spiel erfassen. Und... Ja, ich habe es jetzt über Bildschirmaufnahme. Also ich capture jetzt den ganzen Bildschirm ab. Und... Da scheint es komplett zu ruckeln. Ich bin gerade richtig verwirrt. Einfach nur... Ich reite mal ein Stück weiter, warte mal. Aber jetzt geht's, oder? Und wenn ich in die Richtung gucke, ist halt irgendwie... Ne, jetzt geht's wieder. Hä? Ey, ich verstehe es nicht. Wir sehen... Wo ist deine Lust zur Arbeit? Oifi... Pass auf Arbeit, pass auf dich auf, ja? Lass uns mal einen Bosskampf machen. Mal gucken, was passiert. Ob es dann jetzt komplett einbricht. Ich kann es jetzt nicht anders machen. Also ich muss es über... Halt Bildschirmaufnahme jetzt machen, weil irgendwie spinnt es rum. So, das hier ist nämlich die Insel, wo ich hin soll, um den Schlüssel für da drinnen zu bekommen. Und... Ja, ich habe das nämlich schon gesehen. Guckt mal gerade aus. Da liegt nämlich ein Drache. Ja, da liegt ein Drache. Ich will nicht. Ich könnte einfach reinreiten, mir das Item snacken und einen Abgang machen. Das wäre auch ein Plan. Ich versuche mir das Item zu snacken, aber ich versuche auch den wegzumachen. Ach, ich habe noch was. Ach, ich habe wieder vergessen, das voll zu machen. Okay. Wölfis, let's go. So, ich renne da rein. Snack mir das Item. Wölfisch, wo ist es? Hier soll es sein, hier soll es sein, da. Oh kacke, aua. Ja, oh oh, er ist stark, er ist stark, er tut mir weh. Oh kacke. Oh kacke. Oh kacke. Ah, ha, 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 ha. Ja. Wolfis sind weg. Schauen. Ich muss los. Blaues Feuer, alles klar. Äh. Scheiße. Er ist halt cool, ne? Er ist echt cool. Was tut er da? Alter. Oh Gott. Der macht Magie. Und nicht gerade kleine Sachen. Okay, ich mache einen Abgang. Ich habe glaube ich das Item, ne? Schimmerstein-Drache. Alter. Okay. Den können wir aber bei der Gelegenheit nochmal machen. Oh ne, wir sind so ein Viecher. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt gerade die Performance war, während wir dort bei dem Boss halt waren. So, jetzt können wir aber hier durchs Haupttor gehen. Ich hoffe aber, dass es bei euch nicht ruckelt oder so. Also, es sollte passen. Was habe ich denn da gefunden eigentlich jetzt alles? Das war der Schlüssel, den ich gefunden hatte, ne? Das sah aus wie ein großer Zauberstab. Äh, das war der Schlüssel. Ach, übrigens, ich habe was gefunden, ne? Ich habe gestern ein bisschen erkundet, da habe ich was gefunden. Das hier. Ich habe einen Quali-Schild. Guck mal, der hält sich auch so fest. Das ist so süß. Ähm, ja. Der ist halt voll süß eigentlich, aber... Ich kann den halt nicht benutzen. Aber ich habe, ihr seht auch, ich habe auch andere Klamotten angezogen. Weil, ähm, ich wollte beides tragen können. Einfach so, für den Fall der Fälle halt. So. Dann können wir das jetzt öffnen, nehme ich an. Ja. Ich kann das Siegel aktivieren. Pah. Status Wahnsinn. Weil, voller Wahnsinn. Nur Menschen kann der Wahnsinn überkommen. Okay. Jurnia, das Seenland. Sie dürfen nicht. Oh, sieht was? Ach so, da ging es auf dem Weg zurück. So. Das ist eine Magier-Akademie. Das heißt, wir werden hier sehr mit Magie konfrontiert werden. Und da kann ich jetzt oben raus, quasi. Ah. Okay. Ich könnte jetzt da lang. Sozusagen. Hier hoch müsste ich halt auch mal. Hm. Wir gehen mal rein, würde ich sagen. So würde ich in Sneak-Modus gehen. Ach ne, da ist ein Fahrstuhl. Okay, noch kein Sneak-Modus. Was? Nach oben oder nach unten? Nach oben. Habe ich jetzt die Gnade aktiviert? Ja. Okay. Habe ich aktiviert. Oh, das sieht ja super aus. What? War das? Okay. I don't know. I don't know. Wir sind ja gar nicht hilfiger. Was sind die Eulen drin? Wegen Magier-Akademie Eulen, ne? Ja, ihr wisst schon. Harry Potter und so. Ähm. Okay, da ist der Haupt-Akademie von Raya Lucaria. Das ist schon cool. Das ist schon eine coole Akademie, muss man schon sagen. Ach so, warte mal. Ich habe auch den Schlüssel, ne? Warte mal. Wir schicken... Wir schicken den nochmal runter. Der eine Dude in der Kirche hat uns das ja erzählt, gab mit der hier, ne? Der Zauberer. Und er hat ja gesagt, wir sollen einen Schlüssel finden, um da reinzukommen. Er selbst kann auch nicht mehr zurückkehren. Dann würde ich sagen, sagen wir ihm jetzt hier, wir haben einen Schlüssel gefunden. Du kannst jetzt auch zurückkehren, wenn du willst. Ich denke, das sollten wir ihm mal mitteilen, oder? Dass er halt nicht, äh, jetzt ewig hier sitzt und nicht mehr zurück kann. Er kann ja jetzt wieder zurück. Die Tür ist ja wieder offen. Die Frage ist, können wir jetzt dadurch, wenn wir eine Schlüssel haben, oder ist das allgemein offen? Jetzt wieder das Tor. Saß der hier nicht irgendwo, ne? Hier, genau. Hola. Faktor wie eine andere. Wunderbar. Du bist sehr willkommen zu. Äh, nee. Ach hier, die Tür müssen wir nicht überreichen. Stimmt, ich brauche den ja nicht mehr, ne? So, du hast dir selbst eine Glintstone-Key. Aber ich kann es sicherlich nicht von dir nehmen. Diese Keyne gehört dir. Ich schreibe, du solltest es für dich selbst nutzen. Das ist wahr. Ich wünsche, mich zurück zu meinem Platz der Studie. Aber das ist kein Abschluss, um andere zu stellen. Ist das, warum Bluntstones immer noch endet? Gehe nach der Akademie Freja Lucaria. Gehe mit deinem Gehen. Schreibe mit deinem Kampf. Schreibe mit deinem Kampf. Nicht interessieren, dich auf dich zu halten. Okay. Ich dachte, ich wäre jetzt irgendwie mehr, aber gut, dann nicht. Ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt mehr. Er will nach Hause oder so. Dann halt nicht. Kann auch nichts machen, wenn er nicht will. Der hat schon... Ja, heute auch wieder mal ohne Facecam einfach so gechillt. Ich würde ja gerne mit Avatar streamen, aber das geht ja leider nicht. Das ist ein bisschen zu performance-lastig. Da bräuchte ich erst einen RAM-Upgrade. Worum ich mich vielleicht, wenn ich dazu komme, dieses Jahr mal mit kümmere. Wäre cool. Ja, dann sollte das dann auch kein Problem mehr sein. Dann kann ich auch mal mit Avatar einfach streamen. Ich finde, mein Avatar ist schon mal gut, besser als komplett ohne irgendwie irgendwas. Ich klick schon die ganze Zeit, ob ich irgendwas anvisieren kann. Aber noch ist alles, äh, alles ruhig. Noch ist alles ruhig. Das niegt auch jemand. Ich wusste es. Oh, hier ist was. Hula. Was guckt er da? Hey, wieso ist er hier gestorben? Ach, du Scheiße. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir natürlich den klassischen Modus. Ähm. Die Frage ist, kommen die bis hier hin? Okay, ich mach denen schon mal Schaden. Das ist schon mal gut. Okay, die treffen mich. Das ist ein Lucky. Oh, Kacke. Der war ein Zweiter. Huh. Er ist tot. Jetzt kann ich da hoch, oder? Ja. Okay, ja. Sieht so aus. Er kämpft da oben. Oh, hier sind überall Blutflecken. Ja, alles klar. Hier sind überall Blutflecken. Holy. I have no one opened this gate. Was? Wo schießt denn er hin? Wieso schießt er nach oben? Was hat er denn für einen Bogen, bitte? Oh, ich will diesen Bogen haben. Ja, ach komm, da oben sind auch irgendwelche Viecher, Alter. Oh. Oh, oh. Dahin hab ich irgendein... Da oben hängt doch einer. Oh ne, das sind solche Dinger. Sind das magische Viecher, oder was? Oh Gott. Ähm. It goes crazy. Okay. Eins hat gereicht. Wenn einer da ist, gibt's noch mehr, oder? Ich wirst die ganze Zeit tapseln. Wo tapselst du denn hier? Hä? Ich wirst die ganze Zeit tapseln. Ich kann nichts anvisieren. Ah, hier hängt da noch einer oben. Hier. Da. Ich kann nicht mal anvisieren, bitte. Da. Habe ich die mal auf, Kollege. Hä? Wieso? Wow. Oh Mist. Oh, komm, wir bloß nicht zu nah mit deinem... Scheiß Beyblade. Hier ist auch ein großer, fetter Mage. Cool. Noch mehr? Da drüben. An der Wand hängen noch einer. Vier Stück. Da oben. Das ist halt so die Falle einfach, ja. Und tot. Okay. War's das? Da oben ist eine Leiter. Okay, da ist ein Shortcut. Da muss ich aber erst da hoch. Da geht's lang. Da geht's auch noch lang. Ich kann nichts anvisieren. Okay, da ist ja wahrscheinlich doch nichts. Oh, Entschuldigung. Zeit für dieses Loch. Was? Das intelligenten Sprüche immer. Boah, das ist so toll. Ich guck jetzt mal an die Decke. Weil diese Mistfüche an der Decke hängen, ne? Dunkle Stein. Oh, Dunkle Stein ist super. Oh, der dead's what I need. Ich guck mal an die Decke. Ich guck mal an die Decke. Ich guck mal an die Decke. Oh, da ist eine Gnade. Juhu. Da wird hier nichts sein, glaub ich, oder? Ich denk mal nicht. Aber warum das vor uns so rumgeschwollt worden ist? Ob ihr das jetzt nicht mehr Captured als normales Gameplay? Also, als Game halt. Als Game-Aufnahme. Richtig komisch. Keine Ahnung. Vogel. What? Vogel? Vogel? Ja, da ist kein Vogel drin, Junge. Oder? Ist da ein Vogel drin? Ist da ein Vogel drin? Da ist ein Vogel drin. Okay, hab nichts gesagt. Da ist ein Vogel drin. Wo geht's hier lang? Wieder raus. Och, nö. Och, nö. Ich geh jetzt in die andere Richtung. Es regnet. Es ist kalt. Nee, ich geh in die andere Richtung. Oh, scheiße. Ich muss da lang. Och, nö. Ich muss da lang. Ich will nicht. Wieso ist hier jemand gestorben? Hier hängt aber niemand. Okay, wahrscheinlich sind die Viecher mitgezogen. Sie müssen da raus. Na, ganz toll. Nee, warte mal. Gab's hier nicht eine Leitung? Okay, ich muss da raus. Let meinten die, die erst mal ausfahren müssen von oben. Als Shortcut. Okay, ich was verdammt, wenn wir irgendwann da oben sind? Shortcut aktivieren. Okay, hier draußen waren irgendwelche untoten Viecher. Wie toll. Untote. Oh, Alter. Nein, was machst du? Alter, Alter, Alter. Lass mich los. Lass mich los. Lass mich los. Alter, geh mir bloß weg. Oh, oh, oh. Nein, ich hab nix mehr. Oh, Kacke. Okay, das bringt bei dir nix. Äh, ja. Okay, weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Das bin ich los. Alter. Asuna, hi. Der mag dich. Ich mag den aber nicht. Ich mag den aber nicht. Ja, nee, 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 nee. Ist okay. Nee. Es ist okay. Freundschaft kann man... Also, reine Freundschaft ist okay. Aber nicht mehr. Nee, nee, lass mal. Lass mal sein. Wie viele von den Fechern gibt's denn hier noch? Oh, scheiße, da ist der nächste. Der Blutungsschaden durchkommt ist immer so belohnend. Ah, wir gehen mal auf Sneaky Way. Okay, ich kann nix anvisieren. Äh, da steht doch schon der Nächste. Oh, nein. Nein, ich hab... Das ist... Oh, mein Block. Aua. Was? Mich in Ruhe, du. Komisches... Irgendwas. Äh. Doch. Oh, Kacke. Gab's noch mehr? Oder halt nur die zwei, ne? Nee, nee, nee. Ist okay. Nee, 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 nee. Sie können... Sie können da bleiben. Nee, ist okay. Scheiße, wie mach ich denn den jetzt? Einfach ran. Einfach ran. Einfach ran. Und... Und... Okay, 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 okay. Gnadenimitator. Okay. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und zurück. So, Sneak-Modus. Activaten. Oh, hier unten sind safe. So viele von denen, ne? Da komm ich nicht durch. Oh, Alter, schau. Da liegt ein Item da drüben. Ich würde aber gerne einen Safe-Weg haben, irgendwo hin. Das Ding ist, ich möchte ungern an denen sterben, weil da muss ich da die ganzen... Bei den Mages, irgendwo bei diesen komischen Beyblade-Typies immer vorbei, oder? Da hab ich halt gar keinen Bock drauf, die Beyblade-Typies, ne? Guck mal. Ja, hier sitzt der Kleine. Ich mach' einen Abgang. Ciao. Was? Oh, den Hund. Oh, Kacke. What the shit? Nein. Lass mich in Ruhe. Ciao. Ich renn einfach. Der ist groß. Wieso ist der so groß? Ich renne vorbei. Gib's dir bitte. Oh, das ist der Hund. Hund. Gehst du weg, du Hundi. 14. 14. 14. 14. 14. Ein bisschen gespielt halt. Und PvP leider auch gemacht. Und dreimal, also zweimal gestorben, einmal gewonnen. Aber nicht so gut. Und, also die meisten Tote, die ich habe, gehen auf das Konto von, das Unterschätzen der Höhe. Also, ja. Was ist denn das hier? Ach, oh Gott, nö. Ich habe, oh nö, ich habe keinen Bock. Die tun mir ein bisschen leid. Komm mal, die halten sich den Kopf. Das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Fluch oder so. Tun mir halt schon ein bisschen leid, ne? Was ist das da hinten, Alter? Ach, ne. Das ist so ein Hexending. Och, nö. Och, nö. Ich muss auf die Dinger drauf springen, oder? Aber wo geht es dann hin? Wo muss ich abspringen? Geh zurück. Ich kann ihn wegsteppen, denke ich. Let's step. Okay. Doch nicht weggesteppt, aber ist okay. Das Ding ist, bin ich hier überhaupt richtig? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich habe... Ich habe auch diese Dudes noch mal zu machen. Irgendwas sagt mir, ich muss nach oben. Jit. Okay. Wo muss ich runter? Links? Rechts? Och, bitte jetzt nicht sterben, sondern hier. Guten Tag. Schönen guten Tag, mein Freund. What? Och. Okay, solche Dudes. Solche sind okay. Die Dudes sind nicht schlimm. Oh, der Gnade. Juhu. Okay. PvP oder PvE? PvP. PvP. Oh, ich muss kurz mal einen Schluck trinken. Wartet mal. Puh. Was habe ich Angst, ey? Jetzt hier irgendwas komisch eingestellt ist. Übermorgen wollte ich zum Geburtstag streamen nämlich auch was spielen, was eigentlich ein bisschen performance-lastiger ist. Oh, scheiße, wieso kann ich das hier aktivieren? Oh, scheiße, wieso kann ich das hier aktivieren? Guten Tag und hoff nie mehr wiedersehen. Sowas nervt. Okay. Ich glaube, ich setze mich jetzt mal hier ran. Jetzt ist ja egal. Jetzt habe ich eine neue Gnade gefunden. Jetzt ist das ja erstmal... Ach, Mages, ich sehe es schon, ihr Geule. Ein Mag... Ah, da vorne ist auch ein Magier, ich sehe ihn. Okay, wir warten, bis er zurückkommt. Wir backsteppen, ne, richtig schön. Richtig schön, da schlert zwischen die Rippen. Ich habe nicht so, wie weit in eine andere Richtung laufen kann. Scheiße, ich habe vergessen. Okay, der eine Dude kämpft da oben richtig hart. Ich will doch nicht auf, dass hier so ein Licht ist, ne? Gar nicht. Kommt der wieder oder kommt der jetzt nicht wieder? Ola! Wir davon haben es nicht gecheckt, finde ich gut. Und sie haben es gecheckt, oder? Sie haben es nicht direkt gecheckt. Sie denken so, oh, da war was, aber sie wissen nicht, was da war. Sie gucken jetzt, oh, unser Kumpel ist tot. Oh, langjähriger Freund. Naja, passiert, ne? Was soll man machen? Gehen wir wieder nach Hause. Schau. Okay. Das lief relativ easy. Da sind viele gestorben, das glaube ich aber auch. Das ist halt schon ein bisschen knackig, ne? Also Magier sind schon echt übel. Umtraue ich dem hier nicht. Ich traue diesem Raum durch eine Kiste und einmal Loot for free. La, 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 la. Oh, da sind Phantome, Alter. Ich bestrege mich von den Phantomen mehr als vor allem anderen. Okay, also... Oh, da ist schon drinnen. Ich habe einen Geheingang gefunden. Uh! Okay, ist das eine Falle? Nein, ist keine Falle, okay. Ich habe einen Geheingang gefunden. Na, 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 na. Schade, na, na, na. Okay. Oh. Uh! Uh! Schmiedestein! Nice! Okay, das war cool. Das war cool. So, wir gehen wieder in Sneak-Modus. Würde ich sagen. Die standen hier, ne? Ja, diese Bücherregale, die wir senken, die sehen schon so aus, als könnte man da irgendwie... Ah, das sieht halt schon so aus, ne? Okay, hier kommen noch mehr, glaube ich, weil er geht zurück, er weicht zurück. Ja, da stehen nochmal zwei. Ach, scheiße, die drei. Ja gut, drei ist ein bisschen eklig, gebe ich zu. Was ist das? Einen Topf! Ach du Scheiße, er hat noch einen Topf. Ähm, äh, ja. Wie mache ich den noch dürfen? Also, wenn ich jetzt da reingehe und versuche, einen zu backstappen, kommt der Topf. Ich bin froh, dass der Topf sich gerade verraten hat, ne? Ja, der Topf sich nicht verraten, wäre es halt echt ein bisschen bitter jetzt eigentlich. Ja, jetzt werden sie mit Magic angreifen, klar. Oho. Wie die spammen. Der Topf kommt aber nicht, oder? Alter. Da kannst du nicht reingehen, das ist halt übel. Wieder alle stehen. Wow, er ist weggegangen. Wie er einfach weggeht? Hast du als kleines Kind schon mal Angst vor dem Töpfchen, oder kam das erst mit dem Alter? Also, ähm, ich habe eigentlich gar keine Angst vor dem Töpfchen, ja? Wenn das Stress will, kann das gerne herkommen. Ah. Easy. Aber wenn das Töpfchen Stress will, kann das gerne herkommen. Ist gar kein Problem. Hey, was macht das da? Hä? Ist das friendly? Es ist nicht friendly. Oh Gott. Alter. Geh mir bloß weg. Geh mir bloß weg. Hau ab. Wuh. Okay. Da ist ja richtig Fleisch drin. Ach du Bagger. Okay, also die haben echt so im Inneren Fleisch. Iiii. Okay. Also, Indy, ne? Wenn dein Töpfchen so aussieht, dann hast auch du Angst davor. Das ist ein bisschen... Puh, ne? Also, wer da keine Angst davor hat, also... Schon heftig, ne? Heftige Kindheit gehabt und so. Ist hier irgendwas? Nee. Hier ist eine Tür. Da oben geht es weiter. Komme ich hier durch? Da oben seid ihr zu. Okay. Ich würde ihn hier alles irgendwie kaputt machen. Oh, da ist ja noch einer. Oh, 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 oh. Den habe ich nicht verfolgt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Also wenn er... Sollte nicht so viel Blut drin sein? Guck mal, Ritualtöpfchen kriegst du nur. Oh, schön. Oh je, weiter geht's. Oh Gott. Oh, das ist er, das ist er. Fuck it. Oh. Oh. Okay. Der guckt nicht in meine Richtung, ne? Der guckt nicht in meine Richtung. Ich seh's schon, Freunde. Ich seh's schon. Ich seh's, wenn ich den da backstabben will, macht der mir die Hölle heiß. Sozusagen. Das ist natürlich eklig, ne? Der wird mich halt auch sehen. Ich werde mich dann gar nicht sneaken können, oder? Wird er mich sehen? Seht er mich? Ja, 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 ja. Er sieht mich. Yes. Jetzt sehen mich alle, oder? Ne, er sieht mich nicht. Okay. Das ist mir ein bisschen bloß den jetzt hier runterlocken, damit ich da nicht in die Falle laufe. Kommt er? Ja. Er geht wieder hoch, oder? Ne, er kommt. Wie er mich sieht durch die Wand. Das ist halt so. Oh, er hat's. Oh, scheiße. Oh! Wie kann ich da? Nein, ist alles gut. Okay, so kommt die hinher. Okay, die habe ich nicht gesehen. Okay, der eine hat's. Der eine ist, ist so komplett lost. Oh. Hi. Hoppala. Komm nochmal runter, Kollege, komm. Komm mal auf in dein Magic-Scheiß da. Ihr gebt dich mal wieder auf das Niveau hier unten. Komm mal runter. Wie er rumsneakt. Wie er sich drückt. Ich bin froh, dass der andere nicht mehr war. Der hat ja irgendwie ein Schwert gehabt und ein Schild. Das sind nur Magic-Dudes. Sind das ihre Köpfe, oder sind das... Sind das... Ähm... Einfach nur so Masken. Ich hoffe, dass es nur Masken sind, weil das wäre für Köpfe echt creepy. Hallo? Wo ist Els hin? Das umläuft doch irgendwo. Da kommt er. Ja, komm. Ja, komm. Oh, jetzt hat er es gehört. Scheiße. Oh, kacke. Er hat's gehört. Oh, nein. Er hat's gehört. Oh, Gott. Ja, ich gehe zurück. Komm. Also, bei deiner Kampftechnik und dein kleines Holzschwert wird das nix, mein Freund. Oh. Oh, noch einer hier. Noch einer Bock. Nee, hat keiner Bock. Ach, hier war noch welche. Wahrscheinlich hier an der Seite. Die hab ich nicht gesehen. Okay, die hab ich dann nicht gesehen. Oh, warte mal. Schade. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Oh, da liegt was. Okay. Cool. Ist das da? Oh, da ist ein großer Stab. Ui, cool. Ja gut, die werden runtergekommen sein, ne, von hier oben. Das werden die zwei gewesen sein. Ach, du Sch... Okay. Ein Boss. Geil. Finde ich ja super. Das war jetzt Zufall. Ähm. Oh, komm. Das muss ich mir jetzt gönnen. Nachricht. Vorlage. Voraus. Dinge. Ort. Richtung. Affinität. Konzept. Phrase. Ein Ort. Vor uns ist was. Ja? Ruine, Stadt, Turm, Lagerplatz, Kontrolle, Hochstall. Das ist doch... Was sind das bitte für... Friedhof, Höhle, Siege, Finkurse, Burgen, Keller. Untergrund, Wald, Fuß, Seemot, Stahl... Ne. Okay, warte mal. Vorlage. Äh... Wie ist denn hiervon? Hätte ich nur... Zeit für dies. Äh... Achtung. 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 Dinge. Orte. Schloss. Festung. Start. Ruine. Keller. Hä? Aber wieso komme ich darüber auf diese Seite? Achtung, Keller. Achso, das ist hier... Ah, jetzt schicke ich das. Ah, das ist... Ah, okay. Achtung. Schatztruhe? Achtung. Achtung. Fruchtpitz. Schatztruhe? Achtung. Wertvolles Objekt. Wertvolles Objekt. Orte. Hochstraße, Brücke. Situation. Sturm, Nebel, Aktion. Achtung. Angriff. Haa. Physischschlag. Konzeptphase. Achtung. Hier. Ja. Ja. Hier ist... Hier ist was Geheimes. Ich habe auch die Nachrichten hinterlassen, aber ich bin voll stolz auf mich. Auch keine Spinne oder so, bitte. Oh, scheiße. Blüßt keine Spinne oder so. Darum läuft einer rum. Ich traue dem halt nicht. Vorsicht vor Leiter. Daher links. Leiter? Leiter? Oh, Leute. Hört auf mich zu verwirren. Hier ist eine Leiter. Okay, man kann hochgehen. Komet. Oh. Richtig krasser Zauber. Oh, das ist cool. Stehnschmerzschlüssel ist nice. Okay. Einmal nach oben. Also hier haben wir einen kleinen Bosskampf. Okay. Mal gucken, ob der schwer ist oder nicht. Okay. Ach, das war ich. Hier ist nichts, oder? Oh, hier scheint nichts zu sein. Wahrscheinlich ist hier irgendwo ein Secret oder irgendwas versteckt das noch. Aber sieht nicht so aus. Das wäre hier irgendwas. Okay. Ja dann, äh, Bossfight, wa? Oh, scheiße. Auf Bossfight habe ich jetzt gar keinen Bock eigentlich. Ich bin gar nicht drauf eingestellt. Shit. Ach, Mann. Warum Bossfight? Wir holen uns Quali dazu, oder? Ich würde sagen, Quali ist der Weg zu gehen, oder? I don't know. Ich heile mich kurz nochmal. Einmal Heilung. Für den Fall, dass ich... Für den Fall der Fälle. Okay. Komm, wir probieren es mal. Ich habe 7000 Seelen. Was soll schon schief gehen? Ein Wolf. Cool. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Au. 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 Was tut er? Oh Gott. Ja. Alter. Lass das. Ah. Uh. Okay. Ausdauer mehr. Nicht gut. Oh. Erblutung ist durchgekommen. Oh Gott. Magie. Alter. Oh. Aua. Wuh. Aua. Alter. Er ist halt schnell, ne? Oh. Down. Wuh. Roter Wolf Radagon. Der sah gut aus. Der hatte dasselbe Moveset wie, ähm. Wie der Wolf aus Teil 1. Aus dem DLC. Oh. Steht hier. Vorsicht hier vor. Und, äh ja. Klar. Oh, hier geht's weiter. Okay. Oh, nice. Uh. First try. I like it. Quali ist einfach. Quali ist auch Level 3 mittlerweile. Ich hab Quali Upgraded. Quali hat ein Upgrade bekommen. Ja. Hier scheint nix mehr zu sein, oder? Nee. Okay. Sneaky, sneaky, yeah. Erstens umkehren. Gras suchen. Was? Wieso Gras suchen? Gut gemacht. Voraus benötigt. Was? Oh, ich hab... Wie viele Seelen hab ich? Warte. Äh, Seelen ruhen, meine ich. Hol, okay. Ich muss kurz, äh, leveln. Warte mal. Der saß halt hier, ne? Der saß hier. Und hat irgendwie so ein bisschen gebetet. Oder hat hier das angeguckt. Ich hab mir ein bisschen leid. Aber warum... Sitzt der da? Okay, ich kann einen Aufstieg machen. Zwei wären geiler. Ich hab ein bisschen gelevelt, ne? Man sieht's schon so ein bisschen. Ich geh auch bis auf Geschick und Weisheit natürlich. Ich will ein bisschen zaubern. Aber ich hätte auch gerne meine Dex-Waffe. Ein bisschen Geist, ein bisschen Kondition. Ein bisschen von allem. Wenn wir noch ein paar Runen kriegen, kann man noch ein Level abmachen. Kondition wäre halt auch nicht verkehrt, ne? Dass ich mehr rollen kann und mehr ausweichen kann. Verteidigungskraft magisch und Feuer erhöht sich dadurch halt auch. Was auch nicht verkehrt ist. Und ich kann schwerere Sachen tragen, was auch gut ist. Kann ich denn jetzt schon wieder was schwereres anlegen, weil ich das jetzt gemacht habe? Ja, bin ich immer noch bei mittlerer Last, okay. Aber das ist halt ein bisschen besser. Achso, warte mal. Ich hab doch dieses Magie-Ding gerade gelernt. Zauber lernen. Ich hab hier noch was bekommen auf dem Weg nach oben. Ach, du Backe, okay. 52 Weisheit! Okay. Das Ding macht aber bestimmt auch Schaden ohne Ende, oder? Bei 52 Weisheit. Oh, der ist schon ein bisschen knackig, ne? Okay. Warte mal, das kann ich eigentlich rausnehmen. Die Schwerter kann man mal benutzen, aber ist auch nicht so geil. Das hab ich noch nicht benutzt, diesen Platzregen. Aber der ist schon stark. Ich hab den gesehen. Der wurde gegen mich eingesetzt. So, gucken wir mal, was es jetzt hier gibt. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Ruhen zusammen, dass wir noch ein Level abmachen können. Äh, wieso hab ich hier nochmal so ein Stabding? Ach nee, gleich nächster Boss, oder was? Okay. Oder nicht gleich nächster Boss, oder so, Alter. Ja, gar keine Lust drauf. Da hinten geht eine Treppe hoch. Wieso ist das hier so ein großer Platz, bitte? Das sind Hundis, okay? Nee, das sind keine Hundis, das sind Dudes, okay. Wo kommt man da hoch? Ich kann ja was rufen, ey. Wieso kann ich ja was rufen? Okay, ich kann hier irgendwas rufen. Ich hör was flüstern. Auf dem Platz taucht bestimmt irgendwas auf. Oh nein, ein Mage, Alter, ich seh's da schon. Mage und kleine Krüge, oh nein, Baby-Krüge. Und wir betöpfen. Hast du wieder Baby-Töpfchen? Oh nein, die sind eigentlich freundlich. Ja, auf damit. Oh, scheiße. Hi. Töpfchen, komm. Ich möchte gerne euren Mage da hinweg machen. Ich hab nichts gegen euch, ihr kleinen Töpfchen. Ihr seid auf vollem Nieb. Aua, aua, aua. Okay, er tut weh. Böse Töpfchen, böse Töpfchen. What the shit? Hi. Lass das sein. Oh Gott, hier sind viele. Ähm. Ich mach mal einen Rückzug. Strategischen. Hallo? 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 Noch was hier? Es ist halt so unglaublich dunkel, ne? Sieht aber nicht so aus. Ersprung nur topf. Hier liegt noch was. Scherbe eines lebenden Gefäßes. Na, toll. Ich würd gern bis zum Tagschlaf, äh, irgendwie Pause machen. Äh, oder? Okay, hier unten kann ich irgendwas rufen. Hier ist jemand gestorben. Das sind aber nur normale Dudes, oder? Das sind nur diese normalen. Diese Billo-Dinger. Oh, wieso, was? Da oben sind Mates. Ah, okay. Okay, die Mates sind, äh, schwierig. Kommt er runter? Er kommt runter. Er hat mich gesehen, oder? Hat er mich gesehen? Jetzt seh ich ihn natürlich nicht hier oben, ne? Das ist natürlich dumm. Ich glaub noch nichts zu rufen, weil ich nicht weiß, weswegen ich hier was rufen kann. Dann nicht wegen den Mages hier, oder? So stark sind die doch nicht. Oh, da sind noch mehr. Alter. Alter. Wow. Das war close. Die machen auch diese großen Angriffe, okay. Die großen sind ein bisschen echt heftig. Aber ich bin doch jetzt weit weg. Alter. Die haben schon ein bisschen Hass auf mich, ne? Schon minimal, wenn ich das so sehe. Schicken die ihre kleinen Soldaten jetzt vor eigentlich, oder nicht? Okay, der eine kommt. Der eine kommt näher. Er läuft nach oben. Da oben steht noch einer. Okay, das ist natürlich dumm, dass die da oben stehen, ne? Die gehen wieder runter, oder? Ja. Ja, 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 die gehen wieder runter. Ich würde halt gerne einen Mage noch rausnehmen aus der Bagage. Den hier. Nein. Der macht die großen, fetten Angriffe. Der ist so bitter. Der macht diese großen, fetten Angriffe. Die tun richtig weh. Das ist dieser Komet. Ja, ja. Der macht die. Okay, wir spielen auf safe. Wir machen den da weg und dann passt das. Jetzt geht er wieder da hoch, oder? Was macht der da? Er tänzelt. Er tänzelt einen Tanz. Er geht nach oben wieder her. Den Dude da oben kann ich wegmachen. Das wird relativ easy, weil... Er steht halt nur da. Ja, ja, ja. Er kommt da hoch. Er guckt sich um und geht wieder runter. Das heißt, den kann ich jetzt als nächstes backsteppen. Die ganzen kleinen Typis da, die gehen ja. Was war das für ein Geräusch? Okay. Irgendwelche creepy Geräusche. Toll. Ja, der kommt da wieder. Das Licht hier fällt auch gar nicht auf. Aber das sind ja die gefährlichsten, die Mages. Wenn wir die aus dem Verkehr ziehen, ist eigentlich alles gut. Oh, der hat's überlebt. Oh, der ist ja doof. Hi. Okay, der Dude da oben hat's nicht gecheckt. Das heißt, wir können ihn auch jetzt richtig schön easy aus. Mal so ein Rennen nehmen. Hier ist nix, ja? Das ist eigentlich so eine Falle irgendwie. Aber es sieht nicht so aus wie... Ja, nur die Zeit. Okay. Guck mal, die Rune. Was hast du hier? Rovafrucht. Und du hast... Nee, Erdenblut. Okay. Steht da oben noch einer? Kann man ja nicht erkennen. Okay, ich guck mal, ob ich hier rein kann. Okay, er ist mir oben hoch. Da ist noch einer, definitiv. Da drüben steht noch einer. Okay. Was heißt, den Dude können wir einfach mal gezielt backsteppen. Er ist der Letzte hier oben. Oh, hier ist noch ein Gang. Okay, von der anderen Seite. Da drüben steht einer. Ah, wenn wir hier unten reingehen, kommen wir bestimmt da hoch. Ah, okay, okay. I see, I see. Was hab ich denn da markiert? Ich hab irgendwo irgendwas markiert. Ich seh die Markierung in der Ferne. Da hinten. Warte mal. Was ist denn das? Hier. Hä? Ich seh keine Markierung von mir. Oder ich bin blind. Ach, lol. Da hinten. So weit weg, wie mir das angezeigt? Ach du Scheiße. Okay, das ist echt weit. Lied. Nee, hier komm ich nicht durch. Okay, ich hätte schon gedacht, hier komm ich durch. Ah. Ähm. Was bist du da? Ach, du bist das Ding, was hier, wofür ich was rufen kann, ne? Was bitte? Wieso hast du da zwei Sensen in der Hand? Äh. Okay. Okay. Ich könnte von hier oben machen, so richtig auf Easy-Basis eigentlich. Die Frage ist, mach ich halt Schaden an ihm, ne? Und wenn ich, wenn ich keinen Schaden mache und er kommt hier hoch, kann er hier hoch? Er könnte bestimmt hier hoch, ne? Er könnte bestimmt, kann er da hoch, aber bestimmt kann er da hoch. Was bist du denn? Wieso hast du zwei fette Sicheln in deiner Hand? Da unten liegt noch ein Item, das hätte ich halt gerne noch, ne? Ich könnte meine Wölfe rufen. Theoretisch. Wobei, ich weiß nicht, ob die Wölfe halt gut werden in der Situation. Oh, oh. Oh, 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 okay. Okay. What are you doing? What are you doing? Ich habe Angst vor dir. Mann, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Aber ich glaube, ich habe wieder einen schönen, safen Weg gefunden, um das Ding zu machen. Oh, was macht das? Mann, oh. Ja, geh mal ein Stückchen weg. Ja, geh mal weiter. Geh mal weiter. Ja, ja. Nee, geh mal nach rechts, bitte. Du bist so doof, ne? Du bist so unfair. Nein, da weißt du nicht, woher ab. Geck, geh. Komm zurück. Komm zurück. Aber ich hab mich schon zur Hälfte runter mit Magie. Das ist schon mal ganz gut. Wo geht der jetzt hin? Er geht komplett weg. Weil er mich schon wieder vergessen hat. Wär toll, ich glaub's noch nicht. Also ich müsste noch eine zweite Filiole von der Magie-Stuff haben, aber das wäre eigentlich ganz gut. Okay. Geht das mit dem hier eigentlich auch? Ja! Obwohl, das macht dann gar keinen Schaden, ne? Okay, das macht gar keinen Schaden. Das ist Quatsch. Da würde ich sagen, holen wir mal die Wölfchen dazu. Und gönnen uns das einfach. Oh, ich hab keine MP mehr. Nein! Justin, ich hab ein Problem. Scheiße, ich kann mir die Wölfe nicht dazu rufen. Also nah ran und drauf. Oh, ich bin da oben. Ich hab wieder 11.000. Ich könnte theoretisch... Also theoretisch könnte ich. Ich hab genug. Ich kann mal noch ein Level abmachen. Er hat wieder volles Leben, aber das ist ja erstmal egal. Was soll ich denn wegmachen? Die Frage ist, respawnt er? Wenn er respawnt, wäre es halt... Egal. So. Okay, ich muss mal da drüben rüber. Ah, da liegt ein E-Tip. Wir holen die Wölfe dazu. Und dann gucken wir den mal, würde ich sagen. Ich will eh erstmal das Level abhaben. Stufen aufstiege. Ich halt... Es reicht nicht. Shit. Ich brauche ja noch mehr. Okay, jetzt habe ich alle respawnt. Nein! Geht das mal dumm? Obwohl, jetzt können wir ja noch eine Runde fahren, ne? Können wir nochmal... Ja gut, dann fahren wir nochmal hier oben durch einfach und gönnen uns das. Die werden auch so ganz langsam aufstehen. Was ich auch nicht verstehen kann, warum wir so ganz langsam erst aufstehen. Denken die, ich sehe ihn nicht, oder? Sie kriegt mich, äh, er kriegt mich hier aber auch nicht. Da, er kommt. Du hast da Pfeile in dir stecken, Kollege. Aua! Au! Keine Ausdauung mehr. Kaputte gemachte. Wie viele waren es? Zwölftausend? Noch was, ne? Ich könnte die kleinen Krabbis mal töten hier, dann passt das ja. Hi! Da hinten, da hinten steht das Ding. Ah, okay. Oh, noch ein Steinschut. Das ist nass. Wir sind halt relativ... Ich weiß nicht, wer es kommt. Ob die Wölfe gut wären, ich weiß es nicht. Sieht's mich schon? Ne, ich würde sagen, es kommt direkt zu mir. Das muss ich wohl gerade sagen. Kann ich das? Oh, ich würde es gerne outsmarten. Wölfe gut ist. Oh! Wölfis, gönnt euch! Oh, kacke. Es kommt zu mir. What the fuck? Nein, das kann ich nicht, dass wir mich grappen. Kacke. Was tut es da? Oh. Oh Gott. Nein, das hat mich! Lass mich raus! Das war knapp. Oh, das war knapp. Oh, war das knapp. Alter, hätte ich kein volles Leben gehabt, wäre ich so tot. Holy. Puh. Oh, Alter. Ich habe gerade schon wieder meinen nächsten Tod gesehen. So, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns erstmal hier um, weil jetzt haben wir das Vieh halt weg. Und ich weiß nicht, ob das respawnt. Meine Wölfe habe ich auch noch bei mir, also alles gut. Ach, guck mal. Ja, hier war das Vieh, ne? Hi. Ich muss das mal lassen, bitte. Ich gebe meinen Wölfen heute gar nichts, ne? Das tut mir echt leid, muss ich sagen. Tut mir leid, Wolfis, ich kill die zu schnell, das tut mir echt leid. Oh, was, was, was? Okay. Ähm. Gut. Er tat mir jetzt auch ein bisschen leid. So, hier ist noch ein Item. Du musst aufpassen, wenn die anfangen zu blinken. Ach, kacke, ne Grabbe. Ach, nö. Nein, Wolfis, nein! Stirb, du in die Grabbe. Oh, Wolfis, geht's euch gut. Okay, einer ist ziemlich gedamaged. Hier ist noch ein Item, ich hole mir das. Ihr könnt davon erwarten. Alles gut. Kommt, wir gehen wieder zurück. Kommt. Ich gebe mir noch eine goldene Saat. Aber ich brauche jetzt zwei goldene Saat, um einen Flakon zu machen. Ah, hier kommen wir da hoch. Ah, 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 okay, okay. Nee, hä? Ich komme nicht da hoch. Okay, ich komme woanders hoch, wahrscheinlich. Liegen wir uns mal kurz hier rum. Wie sieht da hinter mir laufen? Oh, es sieht so gut aus. Was war das denn? Was war das denn? Da oben steht der Dude, ne? Gut, an den komme ich jetzt nicht ran. Ähm, ja, 15.000. Gönnen wir uns, würde ich sagen, ein Level ab. Und dann gucken wir weiter. Dann müssen wir auf die Treppe anscheinend, weil der andere Weg ging ja nicht. Also da oben war ja auch Sackgasse. Da oben kam er nicht drauf. Ja, wir müssen also da rüber und dann da rüber. Aber, wir holen das Level ab vorher. Oh Gott, hier nicht lang. Uh, fuh, fuh, close. Nein. Jetzt gucken wir mal, ob das viel respawnt. Wenn das respawnt, ist es halt sinnlos, das zu killen. Macht's gut, weil ich dann bestimmt gleich wieder. Okay. Bam, 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 bam. Stufenaufstieg. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr FP zum Zaubern ist halt auch nicht verkehrt, ne? Ein bisschen mehr Drahtlast ist aber auch nicht ohne. Vor allem geht ja meine Resistenzen halt hoch. Ja, ich glaube, ich gehe immer ein bisschen auf Körperlicht, dass meine Resistenzen hochgehen. Und ich kriege dadurch mehr Ausdauer. Was auch nicht verkehrt ist. So. Okay, noch 2.000, aber das muss ich glaube ich. Gibt's hier einen Händler oder so? Das wäre auch mal gut. Ja, das Ding respawnt, ich sehe es da hinten doch. Ach komm, dann lohnt das nicht. Hupala. Ach du scheiße, ach du Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, ja, geil. Hallo, ach scheiße, gucke ich nicht hier drüber oder was? Okay, bin drüber. Pfff! Ähm. Ja, da sehe ich mich nicht. Irgendwie sehe ich mich da nicht. Scheiße, was ist das? Wenn ich streamt ja, blub. Hai, hai, hai. Hai, hai. Ähm. Ich habe ja so ein Indiana Jones Problem. Da oben ist ein Zauberding, da kommt das raus. Äh, der springt auch hier rüber. Oh, bitte mal. Da unten liegt halt die Item, aber ich hoffe, ich kann das ausschalten da oben irgendwo. Kristallwurfffeile, uh, cool. Ja, ich muss doch da hoch. Wie komme ich denn da vorbei, ohne dass ich... Ähm. Ja, YOLO, ne? YOLO! Oh, easy. Easy! Gibt's hier... Okay. Da vorne ist was. Gibt's hier irgendwo eine Gnade? Das wäre echt gnädig. Kann ich hier durch? Scheiße. Ich will das halt abschalten. Ich will diesen Zauber abschalten, ey. Warte mal, steht hier irgendwas interessantes? Zu Brei schlagen versuchen. Ja, wenn das halt immer so einfach gänge. Oh, da ist ein Teleporter. Kirsche voraus. Okay. Preise, Meister. Okay, komm, wo geht's hin? Wo teleportierst du uns hin, mein Freund? Bin neugierig. Wo geht's hin? Bitte nicht sonst wohin. Bitte, bitte nicht sonst wohin. Alles noch nicht sonst wohin, bitte. Äh. 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 Hey, hier war ich doch schon mal. Na toll. Ja, hier war ich schon. Hier ist die fette... Achso, das habt ihr ja gar nicht mehr gekriegt. Da war ich halt... Ich hab halt offscreen erkundet. Das ist eine fette Schnittkröte. Das ist ein weißer Priester. Und der gebe ich zum Beispiel auch so Schriftrollen, dass ich mehr Zauber bekomme von ihr. Hier. Kann man ja alles machen, oder? Das ist alles, äh... Das könnte ich sogar benutzen. 16. Großer Schimmerstein-Splitter, schneller Schimmerstein. Welchen hab ich denn gerade? Warte mal, jetzt muss ich selber nachgucken. Schimmerstein-Kiesel. Alles klar. Ähm, gib mir mal das bitte. Ja. Hast du noch irgendwas über Radagon? Neu, Radagon hab ich ja, ne? Ich hab ja gesagt, dass Lord Radagon harbored ein secret. Ein verannte Skulptur der Erde-Kapital war einmal besitzt, um den Lord Radagon's weggemacht. Wenn er das Skeleton in Radagans closet war, und wie gesagt, dass das große Statue harbored sein secret. Ja, gut, ich hab ja, ich hab ja Dings, ja, hm. Okay. Also, muss ich jetzt nochmal dort hochlatschen? Also, die sind eklig. Die grabben dich, versuchen, also, die killen dich so gut wie fast. Richtig bitter. Ne, hier ist nicht falsch. Wo muss ich denn hin? Hä? Ach, hier muss ich hin, oder? Schulklassenraum, ist es das? Ich hab keine Ahnung, wo ich war, ne? Das ist auch falsch. Das hier wahrscheinlich, und dann bin ich hier rausgegangen, ne? Das ist wahrscheinlich das hier. Forum der Debatte. Ja, 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 genau. Akademie von Raya Lucaria. Schöner Name übrigens. Klingt echt gut. Achso, ich kann mal den Zauber ausrüsten. Das sollte ein stärkerer sein, was ich denn habe. Zauberland, das ist nämlich nur ein Schimmerstein-Kiesel. Aber hier gibt es einen großen Schimmerstein-Splitter. Der kostet auch... Der hier kostet 7 FP und der kostet 12. Aber ich halte mir gerne Optionen offen, darum tue ich einfach beides ausrüsten. Man hält sich ja gerne Optionen offen. Achso, jetzt springen wir wieder rüber und versuchen, der Kugel auszuweichen. Wer denkt, ich spiele so eine Kugel aus? Ich meine, das ist cool, hat so ein bisschen Indiana Jones-Feeling, aber ist schon ein bisschen arschig. Das war knapp. Springen suchen, aha. Oh Gott. Hier sollte es mich gar nicht treffen, ne? Oh, okay, das ist ganz gut. Ja, okay, das geht, das geht. Also das Ding da ist nein. Ich muss geradeaus. Okay. Aufzug versuchen. Dahinter ist ein Aufzug. Oh, das ist ein Ritter, oder? Keranischer Ritter, Mohnengruppen. Ach du Backe. Anhand, wie viele hier gerade gestorben sind, ne? Durchreinen Aufzug versuchen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ist das der Einzige, oder kommen hier noch Überraschungen? Ah, komm, ich bin Überraschungen. Ja, ich, ich, ich. Oh Gott. Oh, der Backstab, nein! Oh! Alter! Okay. Alter, Alter! Okay. Ähm. Den finde ich nicht gut. Ich glaube, ich versuche es echt mit vorbeirennen. Hinter dem ist ein Aufzug. Ich glaube, ich renne einfach da rein und versuche auf den Aufzug zu, zu triggern. Ich muss noch gar nicht an den vorbeirennen. Okay. Also einen, einen Tod, äh, merken. Einen Tod. Alter. Okay. Da er, da er das kann, ist es halt echt bitter. Man darf nicht greedy sein und ihn durchstackern wollen. Das wollte ich nämlich. Es hat halt gut funktioniert. Er darf sich halt immer zurückschlagen lassen von mir, aber... Aber das war halt ein bisschen... Das ist halt wild doof, ne? Also... Kommen wir es jetzt schon, wenn ich hier stehe? Ah, da kommt es schon, oder? Es vibriert, es vibriert. Kommt das schon? 25. Jo, genau. Da kommt sie. Gut. Und hier soll das jetzt gehen, ne? Hier soll das nichts mich treffen. Ja. Okay. Wir rennen jetzt einfach durch, würde ich sagen, oder? Oh, ja, die meine... Oh, mein Gott. Ich versuche es, ihn zu blockieren. Ich versuche es, Ja, er ist runtergefallen. Ritter, schnell, danke. Gar kein Problem. Also wirklich. Also easy. Schüss dich. Er ist einfach runtergefallen. Oh, ich habe den scheiß Knopf, damit er nicht getroffen hat. Oh, ich habe schnell den Puls gekriegt, ey. Oh, oh, oh. So, jetzt können wir uns umgucken. Jetzt haben wir ja Zeit. Jetzt stresst mich ja nichts mehr. Was ist das für ein Geräusch? Was? Laufen versuchen und springen. Warum sollte ich? Die Leute glauben es noch. Wie geht es runter? Will ich da runter? Was ist da? Hier steht doch ein Dude. Wow. Hier steht ein Dude. Ah, das ist bestimmt auch, oder? Ah, hier kann ich den Showtrade aktivieren. Ah, okay, okay, okay. Oh, es klingelt. Einen Moment. Ich bin sofort wieder da. Sekunde. Ich bin sofort wieder da. Oh, schön, schön der Klassiker. Aus Bote kommt. Sunny erst mal von einem Bellen und Knoten. Schon das ist lischeehaft eigentlich, wenn man es so sieht. So, ähm, nee. Nicht mit Maus und Tastatur. Ich würde meinen Controller wieder haben. So, Junge. Du bist, du bist fällig. Ist hier noch einer? Ah, ja. Ah, ja. Okay. Dann können wir den Shortcut öffnen. Goldene Rune. Oh, was? Oh. Ach, guck einer an. Aber das ist doch dort, wo das Ding steht, oder nee? Nee, da ist kein Teleporter. Was ist? Da ist eine Leiter. Oh, da ist ein Secret. Ich eröffne kurz den Shortcut. Und dann würde ich sagen, geben wir uns dieses Secret da an. Ja, gut, der Shortcut ist hier oben, ne? Ah, der Shortcut ist ein bisschen bitter. Ich möchte halt nicht die alle jetzt trigger. Gut. Ah, nur Türke öffnet. Easy. So, was ist das jetzt hier gewesen? Steht da oben einer drauf? Was ist das hier? Was steht hier? Ich springe ihn voraus. Okay. Ah, das ist hier. Ah, okay. Das war diese andere Tür. Ah, okay, okay. Mhm, mhm, mhm. Okay. Wo geht's jetzt hier hin? Also hier ist direkt nix, aber oben drüber wahrscheinlich, ne? Hier könnte man auch gut, gut snipern. Wobei, da vorne ist ja der Fahrstuhl gewesen. Es wird auf dieselbe Ebene hinauslaufen. Warum gibt's das dann aber? Okay, da steht einer. Ach, du Scheiße. Ja, geil. Wenn ich den hier wegklatsche, kommen die. Ihr schreit halt auch noch so. Die juckt's halt nicht. Die haben's nicht mal mitgekriegt. Ich würde mal vorbeisneaken wollen, ne? Ich meine, das Problem ist, der Große, der wird sich nicht, ähm, nicht dingsen lassen. Das Problem ist, ich hab halt keinen Bock, mich mit dem Magie-Typi anzulegen gerade. Ach, die machen das. Ah, okay, okay. Der hält das wahrscheinlich aufrecht. Warte, ich muss die wegmachen. Okay, warte, 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 warte. Überlebe ich diesen Sprung? Das ist jetzt die große Preisfrage. Okay, warte, warte, warte. Ich hab einen Plan. Wir gönnen uns ein bisschen mehr Magic. Hauen uns das hier rein. Und würde ich sagen, gönnen wir uns mal. Jit! Kommen die runter? Er zaubert halt wieder wie doof jetzt, so. Ah, er steht da oben. Ich hab ihn nur einmal getroffen. Das zweite Mal hab ich aber keinen Schaden mehr an ihn gemacht, oder? Ah, er da will da oben rum. Er muss sich beruhigen jetzt wieder. Ich seh ihn nicht. Da ist er. Er ist doch runtergefallen. Der kann keine Leitern, oder? Er ist runtergefallen. Oh, das ist aber nicht gut. Okay. Und er denkt sich so, ja gut, ne? Easy. Schönes Ding. Okay. Okay, das ist cool. Toll. Oh. Ach, scheiße. Das ist noch einer. Ist der Zauber jetzt... Ich hab Angst, dass er wieder hochkommt, ne? Ah, er kommt nicht wieder hoch. Ja gut, wie unterbreche ich jetzt diesen Zauber? Hab ich nicht die zwei Mades getötet, die das machen? Hab ich nicht die Mades getötet? Hm. Oh, ne Kiste. Ich bin... Schimmerstein-Skarabeus. Ich bin sehr... Wie sagt man? Sehr leichtsinnig geworden, was die Kisten angeht. Ich überprüfe die gar nicht mehr, ob da irgendwas Gefährliches sein könnte. Das wird mir noch zum Verhängnis. Ich ahne das. Oh, okay. Oh, ich könnte hier rüberjumpen. Da unten ist der Teleporter, ne? Ah, okay. So, käme er theoretisch wieder zurück. Das Problem ist, ich kann jetzt hier nichts machen, weil er wird halt... Er wird halt auf Agro jetzt gehen. Aber... Muss ich... Muss ich den dicken dann killen oder was, dass das hier aufhört? Ich hab Angst, dass er hier hochkommt, ob er hier hochkommt, wieder. Wahrscheinlich gehört er dazu, ne? Zu diesem Zauber. Wahrscheinlich muss ich ihn auch töten. Damit die Scheiße hier aufhört. Ich könnte... Von oben auf ihn draufjumpen. Ich weiße, wo ist er denn? Er passt nicht durch die Tür? Pfff. Warte mal. Oh, das ist lustig. Warte, das ist witzig. Er ist so dick für die Tür. Moment. Einmal... Äh, jit. Oh, das kommt noch ein Item. Cool. Warte, er ist so dick für die Tür. Das... Das... Das finde ich super. Wupp. Ja, da drüben. Guck mal. Oh, es tut mir echt leid, Kollege. Oder tu es mir echt leid. Ah! Weil ich seinen scheiß Helm getroffen habe. Deswegen. Ich kann aber nur seinen Helm gerade treffen. Hallo. Na, so fährt mir die Aktion hier, wa? Okay, das bringt nichts. Oh, warte mal. Mit den Giftpfeilen? Das Problem ist... Ich habe halt gerade eine richtig eklige Position, um an ihn ranzukommen, ne? Kann ich dich vergiften, mein Freund? Jetzt, er ist vergiftet. Ja. Er ist dick drunter. Okay, lassen wir ihn mal vergiften. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ich kann jetzt nicht von vorne an ihn rangehen, dann sterbe ich. Vielleicht bin ich schneller mit dem Ausholen, wenn ich ihn aber nicht stacker, dann killt er mich halt. Das dauert halt ein bisschen, ne? Das Gift tickt schön runter. Er sieht seinen Feind, doch er kann nicht zu ihr. Haha. Ich haue mal ab und zu noch einen Giftpfeil rein, dass das Gift halt voll bleibt. Ist auch ja, schön vergiftet bleibt, der Gute. Können wir eigentlich mal ein bisschen craften? Ah, ich kann gerade nicht craften, weil ich im Kampf bin, okay. Jetzt können wir ja mal gucken, ob das Ding jetzt umweg ist, der Zauber, wenn er auch stirbt. Na komm, stirb. So, da. Der Fugiumstein, okay. Jetzt gucken wir mal, ob das Siegel jetzt weg ist. Ob die drei quasi die Übeltäter waren. Ne, ist immer noch da. Habe ich was übersehen? Ich dachte, ich kann so das brechen, dass das nicht mehr passiert. Kann ich mal kurz was craften? Ah, ich hab... Ah, okay, okay. Ich brauche wieder dünne Bestienknochen ganz dringend. Federn habe ich eigentlich, ich brauche bloß dünne Bestienknochen. Und dann kann ich wieder ein bisschen... Dann muss ich mal wieder farmen gehen, die Tage. So. Einmal nach unten, ne? Dann gehen wir jetzt mit dem Fahrstuhl auf die andere Seite. So. Din, 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 din. Hier sind viele gestorben bei dem Dude. Aber wenn der halt so gut backstabben kann, dann ja, gut. Verständlicherweise. So, einmal nach oben bitte. Gibt's unten was eigentlich? Wollen wir mal gucken. Ne, es sieht nicht so aus. Es gibt's da was. Okay. Also, darf ich anmerken, dass ich das hier nicht mag, wie das hier aufgebaut ist? Lügner voraus. Das schreit nach Bosskampf wieder. Aber ich hab doch gerade erst einen Bosskampf gehabt. Wieso schreit er schon wieder nach Bosskampf? Erstens, schwacher Feind. Er kämpft auch gerade gegen was, oder? Ja, er kämpft gegen was. Wie es alle versuchen. Also, man muss es einfach probieren. Mit nur voraus, daher kein Pferd voraus. Was? Kein Pferd voraus? Ach, das ist immer so toll. So, öffnen wir mal das fette Gage. Was ist da drin? Oh, die Sonne erscheint hier gerade volle Kanne. Wieso schreit das nach Bosskampf? Da schreit gerade alles nach Bosskampf. Das Ding ist, für den Bosskampf bin ich nicht ready. Ja, das ist das Ende. Das ist der Bosskampf. Aber für den Bosskampf bin ich nicht mal im Ansatz ready, ne? Also, gar nicht. Ich habe auch keine, keine FP mehr jetzt. Shit. Kann ich mir irgendwie FP holen? Gewährt beim Auferwenden in Siegen eine... Nutzt um... Oh, nutzt um schrittweise FP zu regenerieren. Ja. Dann, wenn ich das vollkriege, können wir es versuchen. Würde ich sagen. Dann ist das okay. Geht das wieder jetzt bis voll? Oder wie weit geht das jetzt, die Frage? Weil ich habe ja noch volle Tränke, also... Ich will erst mal gucken, was mich jetzt hier erwartet. Das schreit nach Bosskampf. Das geht wieder komplett voll, oder? Das ist praktisch, wenn das wieder komplett voll geht, muss ich sagen. I like it. Okay, es geht echt komplett voll. Ja, gut, ne? Mach mal Lucky Lucky. Ja, ich kann was rufen. Ja, ja, ja. Also, ich gehe definitiv nicht dahin, wo ich hin soll. Oh, scheiße. Ja, guck mal, es wird ein Bosskampf. Och, kacke. Axiom 1 ist soeben erfolgreich angeduckt. Nice. Wie cool. Ich kann mal ein paar Screenshots machen. Das sieht gut aus. Oh, das sieht cool aus. Und, welcher Boss ist jetzt hier? Hä? Was bist du denn? Wer bist du? Warum hast du mich gebissen? Hä? Ähm. Okay, okay, ist das creepy. Okay. Wenn du aufhörst, so zu lachen, das ist echt creepy. Hä? Was? Okay. Hush, kleine Kalver. Was? Ich werde bald ein neues, ein süßes, frisches und kürzer. Okay. Oh, scheiße. Ich werde jetzt einfach so sterben, wahrscheinlich. Ja, gut, ne? Oh. Okay, die... Die, die leuchten, greifen mich an. Au. What the fuck? Oh. Hier sind überall welche. Ach, du Backe. Okay, okay. Wo ist denn... Okay, an die komme ich anscheinend nicht ran. Okay, was jetzt? Oh, jetzt kommt sie runter, oder was? Ja. Oh Gott, ich soll da weggehen. Ja. Okay, sie geht wieder hoch. Jetzt greift mich wieder irgendwas an. Und die muss ich wahrscheinlich killen. Okay, ich habe das schon durch... durchgecheckt hier. Okay, okay, okay. Okay. Ich muss noch genug von denen töten, das könnte ich auch sein. Sie tötet damit eure eigenen Leute. Oh Gott. Okay. Da ist die nächste. Okay, okay, okay. Okay, wieder gebrochen. Okay, okay. Okay. Nee, noch nicht gebrochen. Shit. Noch nicht komplett gebrochen, oder was? Jetzt gebrochen? Ja. Ja. Oh Gott. Oh. Okay. Oh, ich habe sie fast. Ich habe sie fast. Oh. Okay, die opfert ihre Kinder irgendwie auch. Oder was immer das ist hier für die. Ich weiß es nicht. Hallo. Guten Tag. Au. Au. Oh, shit. Shit. Okay, ich muss echt die finden, die das machen. Aber. Da hinten irgendwo. Warte mal. Ich glaube da hinten. Ich habe jetzt keine mehr Bücher. Hä? Warum nicht? Da muss ich nur genug von denen töten. Das könnte auch sein. Ah, ich habe die eine nicht getötet, ne? Ich bin jetzt einfach alle hier. Welche warten das vor uns? Die war es nicht. Au. Oh, 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 oh. Woo. Knackig, knackig. Es zaubert keine mehr Bücher. Ich weiß nicht, wen ich töten soll. Geh hier. Oh. Kommt sie runter? Ja. Okay. Hin, 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 hin. Woohoo. Ja. Ja. Getötet. Easy. Gar kein Problem. Woohoo. Huh? Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Okay, eine zweite Phase, oder? Oh, sie hat eine zweite Phase, oder? Sonst hätten wir es ja schon beenden können. Ah, okay. Sie haben schon eine zweite Phase. Ich ahne es. Es war okay. Das ging. Das war okay. Es geht schon. Okay, ich habe noch zwei Dings. Das ist ungeil. Ich will es nicht überspringen. Ähm. Okay, 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 okay. Ich glaube, es hat zwei Tränke, das ist ein bisschen scheiße. Oh ja, sie hat jetzt, irgendwas kommt jetzt noch. Oder sie war gar nicht der richtige Boss, und das ist der Boss. Oh, oh, okay. Oh, das ist doch die Hexe, die ich kenne. Okay. Ja, sie ist nochmal, ähm. Scheiße. Ich muss jetzt meine Dings rufen. Oh, okay. Okay, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, das ist sie. Ich brauche meine, ich brauche meine. Ich brauche jetzt ganz schnell Quali. Quali muss jetzt ganz schnell her. Oh Gott. Ja, ja, ja. Was macht sie da? Oh, scheiße. Oh Gott, ja, nee, nee, aua, 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 ja, okay, scheiße. Okay, aber die geht, die geht. Quali, die hängt auch richtig gut. Aber ihre Magie ist echt übel. Quali, töte sie noch, Quali, töte sie. Okay, ihre Magie ist echt übel. Aber die geht. Die geht. Das scheint aber so eine große zu sein. Aber warum, was hat die gerade mit Ranni gesagt? Ranni ist ja die Hexe, mit der ich auch schon mal die Bekanntschaft hatte. Ich muss jetzt mal bis da hochrennen jetzt. Gab es da echt nichts davor? Ich könnte einfach durchrennen und es nochmal versuchen, ne? Das Problem ist, ich habe in der ersten Phase halt so viel verbraucht einfach an Stuff, an Tränken auch. Und ich bin zu greedy jetzt gerade gewesen bei ihr. Viel zu greedy. Ich hätte viel mehr Abstand halten müssen. Die hat viele Sachen, die einen verfolgen. Das ist halt unlucky. Das Ding ist, ich habe auch Magie, aber ich befürchte, das wird sie halt nicht jucken. Sind wir ehrlich, das wird sie nicht jucken. Weil sie ist halt eine Mage. Das wird halt nichts bringen bei ihr. Ich überlege, ob ich das nochmal versuche. Wie viel haben wir es denn? 14? Ah, vielleicht 15. Versuche ich es nochmal oder lasse ich das für heute? Hm. Das ist die große Preisfrage. Ich versuche es, glaube ich, nochmal. Einmal müsstest du es noch dreien. Ich würde gerne mal so einen Boss im Koop machen halt. Da hätte ich auch Bock drauf. Gucken, vielleicht mache ich die mal im Koop und rufe noch jemanden her zu. Das wäre cool. Es kommt trotzdem wieder, oder? Nee, ich habe die getötet. Okay, die kommen nicht wieder. Okay, ich habe die Kugel ausgeschalten. Geil. Ohne so ein Item, das kann ich mir jetzt auch noch holen. Ah, okay. Jetzt kann ich direkt durchrennen. Gut. Okay, okay, okay. Der Anfang, da muss ich halt bloß die töten, die zaubern. Das hat man, das fiel sehr auf, weil die leuchten dann so. Und dann halt sie durchstackern und möglichst weg, wenn sie leuchtet. Also ich denke mal, das macht mir Schaden. Ich würde mal drauf wetten, dass das mir Schaden macht. Ich könnte mal gucken, ob es ja irgendwelche Spieler gibt, die ich noch rufen könnte. Das wäre auch ganz cool. Ah, komm, ich probiere es nochmal so. Let's go. Oh, let's go. So. Jetzt müssen wir wieder die finden, die zaubern. Dort ist einer. Lass mich. Hi. Mann. Da hinten. Renala, Königin des Vollmonds. Alter, wenns. Wo ist denn die jetzt gewesen? Hier irgendwo, ne? Hier. So, wo ist die nächste? Da hinten. Die ist fast mittig. Das ist ja eklig. Hi. Alter. Jetzt. Du-Dum ist durchgekommen. Okay, weg. Ja. So, wo zaubert jemand. Hier. Okay, die ist tot. Bis jetzt läuft es ganz gut, denke ich. Da hinten, da hinten ist sie. Oh, die kommen hier hochgekraxelt. Ach du Scheiße, okay, da kommen neue. What the? What? Wo kam das denn jetzt her? Okay, wo kam das jetzt her? Die macht die Scheiße. Ja, aber ich muss da da rüber. Hätte ich die andere Richtung gehen sollen, wo ich mehr geschützt bin? Okay, also nicht durch den mittleren Raum rennen, weil dann macht sie auch Angriffe. Also sie ist nicht nur Deko quasi, am Anfang schon. Wenn du sie aber einmal unten hattest und nur die Hälfte kloppt, dann macht sie auch was. Ah, okay, okay, okay. Aber gut, wir haben immerhin heute einen Boss down bekommen. Immerhin. Das Ding hier, ich muss auch noch einkaufen fahren. Ich weiß nicht, wann Family los will. Deswegen machen wir heute nur so einen kleinen Stream, würde ich sagen. zu meinem Geburtstag, ja, Geburtstag-Stream. Übermorgen. Ich weiß noch nicht, wann, die Uhrzeit weiß ich noch nicht, aber wir spielen so ein Semi-Horror-Spiel mit geiler Atmosphäre, also mit geil düsterer Atmosphäre. Ghostwire Tokyo, falls das jemandem was sagt. Das werden wir, denke ich, zu meinem Geburtstag spielen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, muss ich sagen. Okay. Vielleicht probiere ich den mal offscreen, den Boss mit vielleicht sogar Erik zusammen. Einmal so Co-Up-Boss machen, fände ich auch irgendwie cool. Das Ding ist, in Co-Up kann ich keine Stellar-Geister rufen. Also ich kann dann Quali nicht rufen, wenn ich Co-Up spiele. Aber gut, Co-Up ist dann halt, vielleicht ist das ein bisschen besser. Mal gucken. Aber ich würde den gerne mal in Co-Up wünschen. Ich wollte sowieso mal einen großen Boss in Co-Up probieren. Mal gucken, wie das so ist. Ob es dann vielleicht leichter geht oder ob das schwer wird, weil die Bosse passen sich ja ein bisschen an. Die haben ja ein bisschen mehr Leben, die Bosse. Wenn du jetzt noch jemanden dazuholst. Gucken wir mal. Aber, dann würde ich sagen, ich danke euch, dass ihr bei dem kleinen Just-for-Fun-Stream heute dabei wart. Und, ja, ich hoffe... Weil da oben ist sie doch. Guck mal da, das ist sie doch. Das sind die Zauberer. Aber der Oberzauberer dort oder so. I don't know. Okay. Das heißt, wo die Bilder? Lol. Ich frage jetzt, sind die Bilder doppelt oder sind die nicht doppelt? Die sind doppelt, oder? Ja, die sind doppelt. Okay, ich wollte gerade sagen, das sind alles andere Personen. Das wäre krass. Okay. Nee, aber dann würde ich sagen, hören wir uns immer morgen wieder zum Geburtstag-Stream. Und, ja. Lasst euch knuddeln. Und wir hören und sehen uns dann, äh, ja, ne? Die Tage. Uh. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.